So, zwar direkt an der Straße, deswegen der Lärm noch im Hintergrund, das wird bestimmt mal zwischendurch lauter. Ich bin hier in Schobel angekommen und das, was ihr da hinten seht, das ist die Nordsee. Also, ich bin auf dem Weg in den Wald, hier gibt es den Schobeler Wald, Pilze sammeln. Ich sage ja, es wird lauter und damit diese Ruhe und Erholung, die da auf dem Schild stand, dann auch Rücklichkeit wird, ja, schnippse ich uns mal weiter. Schau mal in der Cook, jetzt bin ich im Wald und ich habe natürlich auch schon ein paar Pilzchen entdeckt. Wir fangen jetzt mal an ein bisschen zu filmen, ich weiß, ich wackel ein bisschen, das geht gerade nicht anders. Ja, ich bin im Wald und das zeige ich auch schon wieder draußen. Ich suche einen Weg, der so richtig reinführt. Bisher bin ich nur, ah, das sieht doch schon mal sehr gut aus, von sowas rede ich. Da geht es hinten lang. Hier war ich auch irgendwann schon mal, aber so ein bisschen orientierungslos bin ich nach wie vor. Sprich, das, was wir jetzt in diesem Video machen oder ich in dem Fall und euch aufnehme. Ja, der Wind, ihr kennt das hier. Ich wohne an der Nordsee und das bleibt nicht aus, oh, da kommt eine dicke Wolkenwand. Ja, so richtig dick nicht. Aber man kann schon erkennen, da könnte vielleicht ein bisschen Regen runterkommen. Aber zum Glück bin ich nicht aus Zucker. Ja, also ich freue mich tierisch, dass ich bis hier rausgekommen bin, weil das ist schon ein gutes Stückchen. Und das, was ich heute vorhabe, ist einfach den Wald zu erkunden, mit dem Pilz im Hinterkopf, natürlich nach Pilzen gucken, einfach die Zeit zu genießen, Ruhe zu finden, zu entspannen, wie es auf dem Schildchen stand. Und ja, also je näher ich komme, umso losgelöster bin ich. Ich hatte ja gerade schon mal ein bisschen Waldvorgeschmack, das gehört auch dazu. Aber so richtig reinen Wald und sich so verlieren und Pilze suchen, da habe ich jetzt richtig Lust drauf. Ach, wie schön. Nein, deinen Ton an. Würde ich jetzt im Weitwinkel gar nicht raufkriegen. Ja, ihr seid für euch selber verantwortlich. Dementsprechend, ich bin kein Fachmann, das ist nur Hobby. Ich nehme euch mit, ein Abenteuer auf der Jagd, auf der Suche nach Pilzen. Mal gucken, ob ich hier was finde. Denn in der anderen Wald, wo ich sonst bin, das ist auf jeden Fall ein Geschichtchen, das noch nicht so viele Pilze beschert hat. Übrigens, das ist hier ein Teil Nordfrieslands. So sieht es hier gerade aus. Spannend. Ja, wollen wir mal gucken, was wir so raufkriegen. Ich habe jetzt auch erstmal Weitwinkel. Ich denke, es kann sehr gut sein, dass ich das auch mal ändere. Beim Weitwinkel kriegt die Pilze nicht so nah dran. Und wir wollen natürlich schöne Bilder haben. Egal, was ich finde letztendlich. Ach, schön. Also das freut mich. Ich fange schon an einzutauchen. Und genau sowas habe ich mir gewünscht. Guck mal da. Aber wisst ihr was, da kann ich doch gleich direkt rein. Warum nicht hier schon probieren? Und da ich vom Pilze finden, suchen, sammeln, wie auch immer noch nicht so viel Ahnung habe, nehme ich jetzt auch von den Aufnahmen her alles mit, was mir so unterkommt. Und da kommt. Ein Pilz habe ich nur im Deck. Einen. Einen einzigen. Der sieht doch voll schön aus irgendwie auf Entfernung. Wollen wir mal ran. So. Da haben wir ihn. Der sieht doch schon mal spannend aus. Keine Ahnung, ob der essbar ist. Wollen wir nochmal von unten gucken, was der so hergibt. Ich weiß nicht. Hoffentlich ist der jetzt scharf. So sieht er von unten aus. Das mache ich auch, um ihn letztendlich selber dann via recherche wiederzufinden. Oh, jetzt ist gerade so ein Moment zu schnell hochgekommen. Oh, Kreislauf. Ein bisschen die Füßchen bewegen. Das habe ich damals gelernt, als ich beim Bund war. Die Füße bewegen, die Zehen bewegen. Dann kommt der Kreislauf wieder. Hat funktioniert. Ja. Ist aber etwas, wo ich jetzt schon einige Wochen mit zu kämpfen habe. Aber für heute wäre das, glaube ich, ganz wichtig, da ein bisschen aufzupassen. So. Den ersten Pilz haben wir da schon gefunden. Vorher nie gesehen. Keine Ahnung, wie der heißt. Immer wenn ihr da draußen Anregungen habt, dürft ihr mir gerne irgendwie einen Kommentar da lassen. Ich recherchiere das dann super gerne. Oh, ich sehe noch mehr Pilze. Hier. Gehen wir nochmal näher ran. Also, da haben wir jetzt so ein Exemplar. Und solche. Ja, ich höre den Regen kommen. Dann haben wir hier um den Baum überall noch ein bisschen was. Das ist doch für den Anfang doch schon mal eine nette Sache. Und ich weiß ja letztendlich nicht. Oh, hier sind ja mehr noch von denen, die ich euch gerade ja zuletzt gezeigt habe. Ja, es tarnt sich gut mit den Blättern. Deswegen, ich werde mal aufmerksam hier weiter ein bisschen querfeldein durchstratzen. Da habe ich einen ganz kleinen gerade gesehen. So, aber ich suche natürlich schon Größen, die erstbar sind. Hier könnt ihr die wieder sehen. Da haben wir zwei da. Da vorne. Jo. So, schiefeln wir mal weiter. Hier haben wir noch was. Guck mal. Der ist zwar schon abgepflückt, geerntet. Den schauen wir uns auch nochmal an. Sieht spannend aus. Das sind so Sachen, das beobachte ich einfach. Ich speichere das ab und mit der Zeit kriegt man noch ein bisschen raus. Ich habe mir auch angewöhnt. Ich weiß nicht, ob man es machen sollte. Ich mache es auf jeden Fall und habe da... Mensch, mein Kreislauf ist aber mal richtig am Kämpfen heute. Oh, da habe ich so ein kleines Baumhaus, glaube ich, entdeckt. Darauf entferne. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach so, dass ich bei den Pilzen immer mal so ein bisschen was abbreche und dran rieche. Das habe ich jetzt gerade nicht gemacht. Das mache ich vielleicht gleich nochmal, wenn irgendwo ein paar mehr sind. Vor allen Dingen, wenn er frisch ist. Ja, und ich tauche mal hier weiter ein. Hier haben wir einen Pilz. Ah, okay. Auf jeden Fall schon mal gesehen. Ja, die finden sich auch hier wieder. Ja, auch ist das schön. Schön im Wald baden. Schön durchatmen. Ich werde natürlich nicht die ganze Zeit alleine sein, aber genießen wir mal jeden Moment, den wir da haben. Hier ist wieder sowas Pilziges zu entdecken. Es gibt ja echt verschiedene Sachen. Es kann durchaus irgendwas werden, was interessant ist, aber in der Regel ist es das nicht. Obwohl, was weiß ich schon, vielleicht ist das ja jetzt genau die Ecke, wo die essbaren Pilze sind, wo keiner ist sonst. Ach, da hätten sich Fußgänger da auch. Ich muss mal gucken, dass ich alleine bleibe. Möglichst alleine. So, ich hatte gerade irgendwas gesehen außer Ferne. Jetzt habe ich es verdrängt. Ja, die Pilze sind überall zu finden, die bisher auch schon häufig aufgetreten sind. Ich werde es mal ab sofort ignorieren, wenn ich das kann. Ah, hier geht gar keinen Weg längs. Oh, sehr gut. So, jetzt gehen wir mal hier rum. Ja, hier haben ein paar Kids, denke ich mal, oder wachsende Kids, was gebaut. Da auch. Ja, da vorne geht ein Weg längs. Da wollen wir noch gar nicht so hin. Aber wir können ja mal gucken, was hier so geht. Pilze mäßig. Oh, da habe ich ein paar Tauben verscheucht, so wie sich das anhörte. Ach, guckt euch den Wald an. Ist das nicht was Schönes? Herrlich. Was ein schöner Baum, an dem ich hier stehe. Ich weiß, ich tue mich schwer mit... Oh, hier habe ich ja noch mal was gefunden. Guck mal. Ich komme gleich zu dem zurück, was ich sagen wollte. Da haben wir noch mal den anderen. Also der ist für mich noch spannend, ob man den nachher essen kann. Wollen wir mal gucken. Ich komme da kameramäßig jetzt auch nicht unter, denke ich. Den hatten wir gerade schon mal. Oh, hier ist es sogar noch mehr. Ja, hier. Das ist so ein Angebissener. Jetzt werde ich wohl doch noch mal ein bisschen hier dran knabbern und einfach mal versuchen. Also nicht knabbern, nur so zum Riechen. Ein ganz sanfter, pilziger Geruch. Das sind auch so Sachen, die ich mitnehme. Ja, alles geht über die Sinne. Wollen wir mal weiter gucken. So, ich versuche gerade die Fußgänger ein bisschen zu umgehen. Also die helleren Pilze, da wäre ich durchaus neugierig. Natürlich auch die anderen, ob da was Essbares bei ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich auch nicht der Einzige bin, der Pilze sucht. Von daher gibt es bestimmt genug Spots, die beerntet sind, sag ich mal. Und hier haben wir ihn wieder. Da ist er. Schauen wir mal weiter. Sind wir hier mittlerweile alleine. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Dann haben wir hier was zwischen. Haben wir den schon gesehen? Haben wir dann da? Oh. Das ist spannend. Das sieht aus, was zu ihm passiert. Hier ist so ne Haut drauf. Okay. Das ist spannend. Der ist auch übrigens so ein bisschen mit so einem rosa Touch drin. Hm. Okay. Diese finde ich auch noch ein paar mehr. Da haben wir einen versteckt. Mal gucken, was das nachher wird. Ihr merkt schon sehr, sehr spannend und ich sehe auch schon mehr Pilze. Die ist hoch runter. Das macht mir echt zu schaffen. Ich habe hier fast zwei Meter von hier oben. Ja, nicht ganz. Da ist wieder der Gelb-Helle. So. Und ich habe gesehen. Also hier steht auf jeden Fall auch. Also Pilze wie gehabt. Hier haben wir auf jeden Fall einen Rest eines Fliegenpilzes. Da. Und hier haben wir wieder diesen schönen gelben. Also den werde ich jetzt ab sofort auch ignorieren. Letztendlich damit das nicht ganz langweilig wird. So. Weiter geht's. Das Rezept ist auf jeden Fall versuchen, sich mit dem Wald zu verbinden, um auch die Sachen zu finden. Mit einem achtsamen Auge. Jetzt kommen hier gleich die Reiter durch. Ich suche mal wieder eine andere Richtung. So können wir auf jeden Fall weitermachen. Achso, denn hier so Exemplare, die sich immer sehr gut getarnt haben. Die habe ich auch schon drüben im anderen Wald entdeckt. Keine Ahnung, ob man die essen kann. Das sind immer diese rötlichen Exemplare, die sich mit dem Laub decken. Da haben wir auch welche. Jo, gucken wir mal weiter. Ja, aber wenn wir die hier so sehen, dann sieht das ja immer aus, als ob die mal abgeschnitten wurden. Dann könnte der durchaus essbar sein. Also da bin ich mal echt gespannt. Hier sind auf jeden Fall ein paar mehr. Jetzt schön. Hinter mir gibt es gerade einen Pilz. Da haben wir tatsächlich hier mit der Tasche durch. Oh, hier auch wieder ein paar. Shit. Ja, ich werde den Mann fliehen. Der ist hier schon unterwegs. Da haben wir eine Stinkmorche. Die erkenne ich auch schon. Sieht dann so aus. Die sieht auch nicht mehr ganz so fresh aus. So, die Person geht auch ein bisschen anderen Weg jetzt. Auf jeden Fall zu erkennen. Da haben wir noch eine Stinkmorche. Einmal eine Mitte. Hier haben wir wieder die Pilze. Das ist, denke ich, immer ganz wichtig. Ist oben drauf. Aber wie gesagt, der ist nicht mehr so fresh. Mal gucken, was es jetzt denn geht. Irgendwie kann man hier nicht alleine sein. Da bin ich doch hier schon mittendrin. So, hier geht es weiter. Fußgänger mit Hund geht auch weiter. Wunderbar. Jetzt kann ich wieder gucken, wo ich hinlaufe. So, hintrete. Ja, schön. Oh, was haben wir hier denn? Das ist doch neu. Oder täusche ich mich? Hier ist auf jeden Fall viel mehr zu finden. Wir sind vielleicht auch wieder zu den anderen Gelben, die wir da hatten. Hellgelben. Na, das sieht aber schon sehr, sehr nach essbar aus. Kann ich aber nichts zu sagen. Also, ich bin mir dann immer nachher so richtig sicher bei den Pilzen. Vorher rühre ich dann nichts an. Das heißt, auch heute würde ich nur Pilze mitnehmen, die ich kenne. Und bisher ist noch nichts dabei. So richtig viel zu erwarten ist nicht. Ist halt so ein Abenteuer jetzt gerade. Und der Kreislauf wieder. Hui. Naja, so ist das. Wo gehen wir noch mal weiter? Wo haben wir denn mal Ruhe? Gehe ich mal hier weiter. Ein bisschen in eine ganz andere Richtung. So, hier gehen wir mal weiter. So sieht es derzeit aus. Hier ist so ein Weg. Vorne ist auch noch so ein Reiterweg. Menschen, viele Leute im Wald heute, muss ich mal sagen. Entdecken wohl immer mehr für sich. So. Man muss auch genau hingucken hier. Auf jeden Fall hier weitere schöne Kunstwerke. Stimmt von den kleinen Besuchern. Zusammen mit den Eltern so ein bisschen errichtet. Ist ja meistens so. So, ich behalte mal die Augen auf dem Boden. Das Teil finde ich sehr stylisch. Ja, bisher wieder ein bisschen Mauer hier mit Pilzen. Anscheinend war das gerade eine richtig gute Ecke. Aber es ist ja letztendlich auch kein Wunder, wenn hier die Leute... Ach, hier haben wir wieder was. Ja, der wieder. So, wir gucken jetzt mal hier wieder lang. So. Da ist wieder ein heller. Ja. So, hier wird es ein bisschen matschig. Eigentlich sehr interessant, weil das ist ja unterschiedliche Begebenheiten. Heißt ja auch, dass da unterschiedliche Pilze wachsen können. Hier ist auch wieder viel zu sehen. Aber alles schon bekannt. Hier ist was Neues. Guckt mal die kleinen Köpfe an. Könnt ihr die sehen? Ja, kommen wir da noch näher ran. Oh, und ein Fliegenpilz liegt vorne so ein bisschen. Ja, vielleicht wären das alles die da und die fangen so an. Keine Ahnung. Wenn ihr was wisst, gerne in die Kommentare. So. Es ist jedenfalls viel begangen. Gut besucht. So, jetzt könnten wir da eigentlich lang. Können es aber auch lassen. Wenn wir uns einfach hier nochmal versuchen, so am Rand des Waldes. Das haben wir hier gerade beim Reinkommen in den Wald gesehen. Wir haben vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe. Aber ich höre jetzt schon Kinder im Hintergrund. Ach, die sind jetzt da, wo ich war vorher. So, und dieser Weg ist bestimmt auch ganz beliebt. Von daher... Ja, wollen wir mal einfach wieder rein in den Wald und gucken, ob es hier was gibt. Macht auf jeden Fall richtig Laune und Spaß. Auch wenn es nochmal eine andere Geschichte wäre, wenn ich nicht so viel reden würde. Ja, aber so ist das. Ich würde es ein bisschen abwechslungsreich halten. Ah, die gelben, die können sogar noch viel größer werden, wie ich sehe. Ja, überliegen so ein bisschen Pilze. Das ist auf jeden Fall hier gut besucht. Na... Wieder kleine... Noch nichts Neues. Aber schon spannend. Ich mag das. Ich mag das, dass wieder so ein Bereich, wo ein bisschen mehr ist. Könnt ihr sehen, die etwas helleren Flecken. Mal gucken, wer gute Augen hat. Ah, und guck mal, jetzt habe ich doch wieder was entdeckt. Aber vielleicht sind das auch wieder die gleichen. Wir haben wieder ein Häutstück. Und äh... Mit Baumarten, da kenne ich mich ja so gar nicht aus. Da bin ich echt schlecht drin. Und lerne da gerne dazu, wenn ihr hier irgendwas mal seht. Hier haben wir wieder so ein bisschen was, was am Baumstamm wächst. Sehr cool. Ist das glipschig? Ihhh... Ja, total glipschig. Ist eigentlich ein gutes Zeichen. Hier nochmal ein großes Exemplar. Und angefordert wird er auch. Ja, und hier überall auch noch weiter vertreten. Das werden wir mal beobachten und uns merken. Spannend. Okay. So, Kinder hören... Ich hab was entdeckt, ich hab was entdeckt. Der dürfte essbar sein. Ach, gibt's ja nicht. Oder? Täuscht das. Ne, es gibt auf jeden Fall einen, der so ähnlich aussieht. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, wir haben was Lilanes gefunden, was Neues. Und den nehme ich mal ab. So, jetzt bin ich nicht mehr alleine, jetzt muss ich mal kurz pausieren. Das merken wir uns nochmal. Und hier gibt's auf jeden Fall ein paar lila Pilze. Oh, jetzt hab ich noch was entdeckt, was ich zeigen möchte. Ist das ein alter Steinpilz? Da, gucken wir nochmal, was haben wir denn hier? Ach, nee. Schau mal, einer guck. Jetzt weiß ich nicht, der sieht so angeknabbert aus, den lass ich liegen. Aber ich tippe mal auf Steinpilz. Gute Sache, gute, gute Sache. Kann auch so ein Hexendingens sein. Es gibt ja noch so Giftige. An dieser Stelle mal ein Tipp an euch. In dem Fall ein sehr guter Kanal über Pilze ist Buschfunkistan. Feier ich. Kommt viel selten zum gucken, aber ich glaub das wird jetzt wieder mehr. Um halt auch da ein bisschen mit dem Pilzwissen voranzukommen. Ja. Als das habe ich, also der da vorne er freut mich richtig, der Pilz. Muss noch ein bisschen merken, wo das ist. Jo, ich weiß Bescheid. So, jetzt gucken wir hier nochmal ein bisschen durch. Hier auch wieder überall Pilze. Weiterhin die hellgelben. Also hier viele weggeschnittene. Hier auch. Irgendwas ist mit denen los. Da sind auf jeden Fall Leute daran interessiert. Das haben wir hier. Manchmal haben die Dinger auch die Farbe von so einem Pfefferling. Oder wirken erstmal so. Ist aber nicht so. Jetzt überlegen wir natürlich ein richtiges Highlight. Denke ich aber mal hier in der Ecke nicht so. So. Können wir hier noch reingehen. Gut besucht. Ja, schauen wir mal hier. Wo das so hinführt. Vielleicht kommen wir aber auch nicht weiter. Das sieht ein bisschen enger aus da vorne. Aber ein Versuch ist das wert. Ha, wieder was entdeckt, was neu ist. Mensch, also die Pilzwielfalt ist hier viel größer als im anderen Wald. Gefällt mir richtig gut. Hier haben wir neue Exemplare. Schwarzer Stiel ist richtig fest. Noch fester als ein Grashalm. Nehmen wir mal einen weg. So sieht das dann aus. Wächst dünn bis hier unten. Zwei Stück waren das. Ja, schauen wir mal weiter. Schöne Ecke hier. Was haben wir denn da? Ich habe lauter Blätter im Gesicht. Haben wir dann hier. Ich habe schon dran gerochen. Ich kann nichts riechen. Ich kann auch nicht erkennen, was das ist. Hier haben wir noch mal was. Also, dass das hier so spannend wird, das habe ich nicht erwartet. Also, für mich ist es sehr spannend. Ich hoffe, ich kann euch da anstecken. Hier geht noch einen Weg lang. Okay. Also, die Pilzwelt ist ja so spannend. Guckt euch das mal an, was hier so wächst. Das ist hier so ein... Wir hatten hier ja so doll Sturm. Vor einigen Jahren schon. War das noch 12? 2011. Und dann gibt es hier am Rand immer diese fetten Pilze. Die wohl, wenn nicht sogar alle, die Zunderpilze, nachher dafür geeignet sind, sich ein Feuer anzumachen. Also ein Zunder halt. Wunderbare Materialien. Jetzt wird sie aber echt enger. Und vor allen Dingen voller Brombeeren. Ich weiß nicht, ob ich da gerade so Lust habe, hier weiter durchzustiefeln. Hier sind auf jeden Fall viele dieser hellgelben Pilze wieder. Da vorne wächst was. Ja, aber ich denke, mein Weg ist hier zu Ende. Spricht für sich. Sieht nicht so doll aus, aber dass überall was piekiges ist, wo ich hängen bleiben kann. Und ich habe eher eine luftige Hose an. So, da vorne spielen die Kinder. Muss ich jetzt nochmal einen anderen Weg finden. Gehen wir mal hier weiter. So, ich hänge schon fest, siehst du? Und das, obwohl hier so viel Platz ist. Spannendes Terrain. Schubelder Wald gefällt mir richtig gut. So, und da vorne geht ein Weg weiter. Den werde ich wählen. Da habe ich auf jeden Fall gerade andere rumlaufen gesehen. Hier auch wieder angefressenes Exemplar von den hellgelben. Da. Das ist für mich immer so ein kleines Zeichen. Wenn Tiere den so vorher anknabbern, dass das ein Pilz sein könnte, den man essen kann. Aber was weiß ich schon. Wie gesagt, informiert euch da bitte selber, dass ihr, wenn ihr da irgendwas für euch in Betracht zieht, das dann auch so, ja, dass ihr dann sicher seid. Verlasst euch da nicht auf mich, bitte. Ja, also Tempo rausnehmen. Ach, vorhin habe ich doch irgendwas angefangen, ne? War es das Thema? Ich weiß es nicht mehr. Auch hier so eine coole Bank. Auch mal eine andere Geschichte. Ja, da sehe ich sogar noch Bombeeren. Wirklich in Frucht meine ich, nicht Pflanze. Ach, ja, hier können wir so ein bisschen aufs Feld raus gucken. Schauen wir mal. Eigentlich eine coole Ecke. Und für Pilzsammler ist es sicherlich sehr, sehr interessant, was hier so zu finden gibt. Und den ganzen Wald immer absuchen kann man ja nicht. Deswegen findet man sicherlich so immer seine Hotspots und hofft, dass für einen was übrig ist, wenn andere durchgecampt sind durch den Wald. Ach, hier, guck mal, da sagt noch mal die Sonne kurz hallo. Oh, richtig schön. Oh, ich darf gar nicht so reingucken. Dann sehe ich nichts mehr. Gut, weiter geht's. So, Abenteuer pur hier. Hier hätte ich jetzt eine Option, aber ich möchte mal einfach weiter hier gehen. Das sieht mir nach so einem Schleichpfad aus, der, wenn man sich das alles so anguckt, echt viele verschiedene Möglichkeiten gibt, dass sich da Pilze ansieht. Ich möchte noch mal ein bisschen schädeln können. Wir müssen dann hier halt hinfinden. Die Sporen. Da sehe ich so ein bisschen was. Da, aber es ist halt erstmal uninteressant. Ach, herrlich. Jetzt darf ich mich hier auch noch echt bücken. Vorurteil neue Frisur. Da kann ich nur so hängen bleiben. So. Was haben wir da denn? Gucken wir mal dieses kleine, süße Teil an. Ich kipp das mal um. Ah, da haben wir das, was ich vorher schon gefilmt habe. Und mal gucken, ob wir jetzt hier irgendwo Pilze finden. Oh, das sieht hier auch sehr interessant aus. Ich träume noch von einem Pilz. Wenn ich den mal irgendwo finde hier, das wäre glaube ich auch ein Wunder. Aber ich glaube, die gibt es bei uns hier nicht so. Andere Gegebenheiten einfach. Und auch so ein schöner Baum. Richtig schön. Ich weiß nicht, ob ihr das mit aufnehmen könnt. Der ist voller Moos. Richtig schön. Es wird ein bisschen dunkel, glaube ich, wenn ich nach oben gehe. Na egal. Den Pilz, von dem ich träume, dass ich ihn selber mal irgendwann irgendwo finde. Das ist der Auslandseitling. Und soweit ich das noch so in Erinnerung habe, der wächst glaube ich so an Bäumstümpfen ganz gerne. Hier kann ich ruhig nochmal reingucken, ob es hier was gibt. Oh, das da unten sieht aber auch interessant aus. Es geht ein bisschen tiefer. Kann ich jetzt aber nicht so einfangen. Mensch, das ist richtig schön hier. Ich bin froh, dass ich hierher gegangen bin. Also waren es schon ein paar Kilometer. Das mache ich auch nicht immer mal so. Und ja, was jetzt hier so zurückkommt vom Wald, das ist schon eine Menge. Aber auf dem Rückweg, denke ich, werde ich das da mal ein bisschen mehr merken. Dass das doch schon hier, so lange auf dem Bein zu sein, so viel rumzulaufen, doch so seine Energie gekostet hat. Aber, da sind wir noch nicht. Oh, wie schön ist das hier denn? Echt, alles so verwinkelt und verschlumpft, genau. So. So, hier muss ich ein bisschen aufpassen. Jetzt gehen wir mal weiter. Schau mal, hier hätten wir noch Brombergen. Wenn sie da noch schmecken, aber ich glaube, die sind drüber. Aber wer weiß, man kann ja durchaus noch mal Glück haben. Ja. Jetzt sind wir so den ersten Kasten unterwegs gewesen. Das könnte man mal so als Viereck sehen. Ist ja auch alles so ein bisschen so angeordnet. Ja, und jetzt könnte ich hier links gehen, längs gehen. Das sieht hier so ein bisschen an Trimmligfahrt aus. Aber ich finde, so dieser Reiterweg, wenn man da dann links irgendwo mal reingeht, da, glaube ich, ist das doch viel interessanter, oder? So, mal probieren. Mal gucken. Mal gucken. Oh, es könnte aber auch mit den Brombeeren dann wieder schlecht werden. Wenn man da durchkommt, aber wer weiß. also der eine pilz gerade also ob das nun steinpilz war oder ein hexenröhr legen oder was weiß ich wie sie alle schimpfen sich alle schimpfen das war für mich schon highlight weil der durchaus strukturen von steinpilz hatte ich glaube aber die farbe gerade so lila oder so da gab es einen pilz der irgendwas mit hexen in bord hatte das ist aber auch spannend hier ohne zu wissen ob es hier pilze gibt kann man doch einfach mal lang gehen ist ja durchaus auch interessant was nachher wildkräuter angeht ich denke mal das wird wenn ich pilzvideomäßig noch mehr mache dann auch mal rein finden gar keine frage so jetzt muss ich hier irgendwie rüberkommen ich bin ja nicht ganz so stabil ja hier geht ein weg durch noch ein weg durch der sieht eigentlich so aus als ob er da hinten zu diesem trimlichtpfad wieder führt da sehe ich einen pilz da können wir durchaus mal hingehen diese greben machen mir zu schaffen ich bin ja nicht ganz so gut aufgestellt mit füßen knie und so muss man dann schon aufpassen gehen wir hier ganz langsam runter und da haben wir gleich ein bisschen was gefunden keine ahnung ob essbar aber schon mal gesehen so und hier war auf jeden fall noch mehr zu sehen ich habe hier irgendwas was schon mal ach das ist die stinkmorgel und hier haben wir dann noch mal einen haben wir auch schon gesehen wir haben hier noch so ganz kleine weiße kann ja mal sein dass das so pilze sind aus dem aber was wird deswegen nehmen wir die mal rein in kasten ups ja schön da ist auch wieder einer also schwierig allein zu bleiben hier und wird so ein bisschen verfeucht ich möchte ja niemand drauf kriegen da was gespräche und so angeht ja sie sind in der ferne dürfte die wir nicht hören können dann habe ich hier einen pilz gefunden ein bisschen anders aussieht der ähnelt meiner meinung nach ein bisschen mehr dem der nebel kappe ich kann es aber nicht sehen so das auch fest ich werde mal mal ein bisschen umkippen das nützt ja nix ich möchte ein bisschen was lernen sieht auch wieder wie dieser hellere aus vielleicht fehlt dem einfach ein bisschen gelbton also unten war der ein bisschen fetter das hier fühlt sich eher an wie geschäte karotte ja mal gucken ja mal gucken mal gucken mal gucken jeden fall viele kleine pilze noch zu entdecken hier hier machen wir dann da wir so ein gelber überall so ein bisschen was verteilt oder haben wir wieder was ich glaube ich habe einen stein pilz entdeckt ist das ein stein das könnte einer sein sicher das ist einer wie geil ist das denn der geht mit nach herrlich ich weiß nicht da unten so ein paar grüne stellen das werde ich noch mal ergoogeln ich denke mal die werde ich so ein bisschen rausschneiden aber ansonsten ist das ein pilz den ich mitnehmen kann also wenn sich das nicht mal gelohnt hat das stück hier reingegangen zu sein allein für diesen pilz ach herrlich ein stein pilz also ihr könnt das so ein bisschen sehen da gibt es auf jeden fall einen unterschied der andere hut der war so ein bisschen lila und das ist hier doch schon eindeutiges braun so den packe ich mal eben weg so und ich sehe von hier aus schon da unten wächst vielleicht noch mehr gut den ersten pilz ich bin so happy echt also ich habe noch keinen selbst geernteten steinpilz gegessen ich habe auch noch kein selbst geerntet ich habe mal wo einen gesehen aber da war zu viel von diesen dunkel türkisen oder petrolfarbenen von unten deswegen schauen wir einfach mal weiter das ist der andere aber durchaus ein exemplar was interessant aussieht so das exemplar sieht so aus sieht auch durchaus so aus als ob man essen könnte aber keine ahnung dem wir noch mal ausschau halten riecht aber gut wow schön also so hinter dem bäum richtung ost richtung ist auf jeden fall was zu finden so von den alten waldbesuchern wo wir ein bisschen überholt da unten wächst noch was aber ich will noch mal an den anderen bäumchen überall so ein bisschen gucken also echt ganz schön ereignisreich hier muss man ja mal sagen muss man ja mal sagen cool also das gibt mir auch echt hoffnung für den winter denn ich bin unfassbar ich bin nicht so gut aufgestellt unfassbar und ich zeige euch was ich gerade entdeckt habe ich komme gar nicht weiter hier mit dem reden weil vor einmal die steinpilze auftauchen glaube ich jedenfalls hier mit dem exemplar guck mal der sieht aber so aus als ob er so langsam schon drüber ist aber ich habe noch einen gesehen da vorne richtig gut den will ich eigentlich auch lassen die können sich mal hier echt austreiben weil ich denke mal für den einen oder anderen pilz sammler ist das nicht so interessant wenn der schon so angeknabbert ist wieder thema angeknabbert aber ist doch mal mega geil also ich habe auf jeden fall eine ecke entdeckt in der ich steinpilze finden kann und die sind ja echt gut getarnt hier mit den mit den blättern toll echt geil also die eine ganz tolle geschichte jetzt bin ich hier vorsichtig durch dass ich nach noch irgendwo was ja anscheinend scheinen die moos sehr gerne zu mögen weil es mir in husum auch schon mal aufgefallen also ich habe schon mal eine stelle entdeckt aber wie gesagt da war da nichts bei was ich mitnehmen konnte ja eigentlich möchte ich da gar nicht raus was haben wir da ist auch noch was ja da haben wir wieder so ein exemplar also ich gucke jetzt hier gerade so ein bisschen gründlicher weil das ein anderes terrasse und dann dementsprechend gucken möchte ob das alles zusammenpasst so und hier sind jede menge stellen also hier kann durchaus noch ein pilz rum kommen und da vertiegeln wir mal hier und durch den hier rechts den kennen wir ja stinkmorgel vorne die wieder die kann ich jetzt in ruhe lassen kennen wir so herrlich wie haben wir denn hier also ich finde das ist kein stein ist wieder der andere dann kommst du ein bisschen mit den farben im kopf durcheinander merke ich ja mein kreislauf mein kreislauf ok hier hinten will ich noch mal rumtingeln hier haben wir noch mal einen pilz hatten wir schon da wollen wir noch mal rippen durch das hört sich gerade an wie eine libelle weiß nicht ob die noch aktiv sind da kenne ich mich nicht so aus ja hier können wir durchaus mal lang gehen ob sich hier irgendwas entwickelt da haben wir einen pilz nee gar nicht das ist rinde so aber hier haben wir einen pilz wieder da ach da haben wir wieder einen von diesem exemplar was ich gerade schon am anderen bäumchen gefunden habe ok die gehen dann so ein bisschen über den rand haben wir eine mücke die will mit drauf ne ich laufe mal weiter hier haben wir noch mal so hellere exemplare ach schön ein bisschen waldlicht werde ich aber auch so geblendet dass ich nicht sehen kann ob hier jetzt gerade irgendwas wächst ja da haben wir noch mal welche hoch herrlich guck mal der lass hat wieder was gefunden ja ich lasse mich irgendwie führen und sagen wo es lang geht jetzt muss ich aber erstmal wo es lang geht weg finden denn guck mal da drüben jetzt mal gucken ob da was drunter ist ist nichts drunter guck mal was wir hier haben ja der ist schon wieder so krass das kann doch nur ein steinpilz sein aber der sieht dementsprechend noch aus also im vergleich zu den ersten die ich gefunden habe definitiv äh nicht essbar also ich würde nicht essen ich denke das sagt einem auch das innere gefühl so und ich meine ich habe hier noch mehr gesehen da wächst was aber das wird kein steinpilz sein oder doch von der farbe nee 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 naja was fliegt mir hier gerade um die ohren so ich hatte auch noch mehr gesehen oder nicht also im grunde genommen könnte ich hier auch nochmal durch ganz vorsichtig wisst ihr was ich mache noch einen weiteren teil ich bleib mal hier in der ecke und hier wird es auch gleich weiter gehen als nächste folge dann denn ich werde hier bestimmt noch länger unterwegs sein also eine weile auf jeden fall brauche aber jetzt erstmal auch eine kleine pause und also filmpause weil das ist auch anstrengend die die kamera die ganze zeit zu halten und hier überall durchzukraxen gleichzeitig somit sage ich an dieser stelle auf jeden fall vielen dank fürs zusehen und würde mich natürlich wieder freuen wenn ihr nächstes mal mit dabei seid wenn da das auch mal wieder Pilze suchen ist und sich so ein bisschen an diese welt gewöhnt ja also ist für mich nach wie vor ein sehr großes neues terrain ein paar sachen habe ich schon mitgenommen die sind abgespeichert die kann ich auf jeden fall weitergeben aber das war hier noch nicht so von relevanz ja finde ich mega gut ach herrlich ja ihr müsst nächstes mal unbedingt dabei sein weil das macht so riesig spaß und ich denke der ein oder andere da draußen der das noch nicht so kennt und letztendlich wegen meines gartens oder des schrebergartens dann immer auf meinem kanal war der kann dann vielleicht auf diesem wege dann auch noch was dazu werden das gehört alles zusammen oh ja ich sehe schon das nächste womit es gleich los geht also an dieser stelle tschüss bis zum nächsten mal